es ist am montag der 27 februar 20 23 8 uhr 35 mein name ist carlos martin sie hören uns live aus dem trail deshalb trading und wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor und ja dadurch dass wir vor neun uhr haben werden wir auf die 15 3 hier oben die erste falle platzieren 15.300 und 15 292 würden wir dann short gehen 15 307 würden wir long gehen da haben wir hier den ersten widerstand der oben raus muss und dann sehen wir hier schon die erste big number nach oben dann die erste unterstützung bzw widerstand und dann 38 retracement liegt denn ich hier das sind die zielmarken nach unten hin meine damen und herren haben wir die 15 2 einmal da aber wir haben zwischenmarken und das ist klar definiert einmal die 50er zone so und dann befinden wir uns hier so in dem bereich also 50er zone und oben natürlich auch da müsste eigentlich so hier dem bereich sein 53 genau so das ist die zone ziel mal die linie auch hier und wir so dass so der bereich wo wir hin wollen wenn wir die zone hier noch mal rein nehmen dann sehen wir hier die widerstand zone das ist die rote linie hier da oben die rote linie und die unterstützungszone sind dann bei 15 2 also weit entfernt die habe ich mal ausgenommen denn das sind denn unsere bereiche und wir gehen jetzt in die vola boxen mal rein wo wird die erwartet die vola box wird erwartet bei 15.262 zu 47 das heißt eigentlich bei dem niveau wo wir aktuell sind weiter so acht sekunden noch bis zum start noch sind wir nicht ausgeführt 5 4 3 und los geht's direkt beim daily pivo hier oben die vola box die werden wir aktivieren so big number ist auch scharf geschalten so und wir sind long in der big number long in der big number ihr wisst erster trade ist immer relativ kurz ab den zweiten gehen wir auf angepasst blaue tech profit linie und wir sind raus das war der öffnungs trade und wir sind auch nebenan doppelt gemoppelt oder box ist dort auch draußen die vola box werden wir jetzt noch mal aktivieren zwei trades gleichzeitig in den gewinn gelaufen ich verabschiede mich bei unserem video tagebuch war mir eine große ehre bis morgen denn